Hallihallo, hier ist mal wieder KoraZoo, wir sind zurück in Elex und was ich als erstes machen wollte, was ich schon seit drei Folgen machen wollte, ist ins Inventar gehen und mir diese neue Waffe, Rüstung oder was auch immer es ist anzuschauen, weil wir haben da letztens doch was gefunden, ja, noch nicht angeschaut. Kaias Thorn zum einen, nee, das war es nicht, Kaias, Kalans Wehr, da haben wir es doch, Kalans Wehr, Schild, Wert, Schaden, 15, was ist denn es gegen Gift, okay, braucht ein bisschen mehr Konstitution, es ist ungewöhnlich, dass dieses Schild solch ein starkes Kraftwerk verfügt, die verbauten Hologenatronen findet man sonst nur in Gleitern, also eigentlich ein ganz dickes Ding, wundert mich, warum das so wenig Schaden und, naja, weiß ich so, dick sind sie jetzt irgendwie nicht, Musik aus, hm, ja, wir haben es auf jeden Fall, so, ähm, Quest, wir machen Raketenboden, achso, das ist frei, was ich da, Classyre, da waren wir stehen geblieben, dann machen wir mal weiter, äh, ne, 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 ä, das ist halt noch neu, genau, dauern wir noch lang, Achso, genau. Das wollte ich auch noch machen. In die Archive. Sicherheitskonsole. Dort, so. Weiß ich gar nicht, wo genau wir hier sind. Ach ja, wir waren zum Schluss bei ihm. Ja, so langsam kommt es mir wieder alles. Ist wieder ein Aufnahmestopp dazwischen gewesen, deswegen muss ich mich kurz mal wieder orientieren. So. Hier, schau mal. Also, ich würde gerne die Variante probieren, mich reinzuhacken. Muss ich nur schauen. Das ist dann das hintere. Ich seh das nicht so eng. Dann mach das mal nicht. So. Äh, 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 äh. Na, hier kamen wir ja noch rein, ne? Genau, hier kamen wir sowieso noch rein. Äh, kann ich das? Handwerk 3? Ne. Menno. Dann hab ich die Variante schon mal nicht mehr. Ja, okay. Ähm. Was ist das andere dahinten? Ah, wie geht's leeren, hä? Warte mal. Nehmen wir den Zugang zum Archiv. Entweder gehöre ich den Klerikern an oder ich schleiche mich hinein, wenn sie Pause macht. Dafür müsste ich ihn aber beobachten. Die letzte, aber auch höchst verbotene Lösung wäre es, mich selbst zu setzen. Dafür müssen wir... Wieso reinschleichen? Ich bin noch... Ich bin verwirrt. Wieso reinschleichen? Ich bin noch drin, oder nicht? Ich bin noch drin, oder nicht? Ähm. Oder sind das noch nicht die Archive? Hier sind wir doch schon mal umgegeistert. Da hat nie einer irgendwie ein Problem mitgehabt. Oder sind das nicht die, die Archive? Jetzt noch mal andere Archive. Jetzt bin ich echt verwirrt. Äh. Weiter unten? Hä? Kann hier was weiter unten sein? Vielleicht ja im Gebäude. Ah, die eine Seite ging hoch, die andere Seite ging runter. Vielleicht ist ja das oben da, vielleicht aber unten nicht, oder so. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst. Was ist dein Begehr? Ja. Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Was? Was? Hä? Hä? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Du siehst doch ganz gesund aus. Na gut. Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Front einseite. Und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du? Äh, nichts. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan, segne deinen Pfad. Äh, oh. Ich erlaube mir nur zu sehr später Stunde eine kurze Auszeit, um Kraft im Gebet zu schöpfen. Aber deinem Wunsch, Konversation zu betreiben, sollte damit Genüge getan sein. Geh nun. Eine Sache noch zum... Huch. Äh, woran forscht die Zeit der Forscher alten Welt? Was ist die Unterlegte aus der alten Welt? Natürlich, das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Ja, welche Seuchen... An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf das wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Naja. Äh, woher kommt die Erforschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Hm, no. Braucht ihr noch Unterstützung? Nein, für diese Aufgabe haben wir Spezialisten. Du bist woanders besser aufgehoben. Und zwar? Hier soll ein Exemplar von Abids Lehren ausliegen. Richtig. Und so soll es auch bleiben. Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Du? Nein. Warum nicht? Weil nur Auserwählte mit dem Studium seiner Schrift beauftragt werden. Du wurdest aber nicht auserwählt und wirst es auch nicht. Vergiss das also ganz schnell wieder. Mi, 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 mi. Ist ja okay. Gut. So. Speichern wir mal. Und der hängt jetzt da rum. Ja, super. Ähm. Dem war ja noch nicht da, ne? Da hätten wir einfach mal reingehen können. Sollen dürfen müssen haben. Tun ist. Super. Haben wir eigentlich hier im Moment anscheinend verpasst. Ähm. Abends. Wenn man irgendwo die Uhrzeitwiesen sehen könnte. Irgendwo Menü. Oh, wir brauchen noch einen Level. Cool. Außerdem können wir hier mal ein paar Punkte vergeben, merke ich. Warte mal. Ähm, ja. Tschung. Mal dieses Ding da rein. So. Ähm. Hm. Woher weiß ich, wie spät es ist und wann ich jetzt da hin kann. Das heißt ja, bei der Abendstunde ruht es sich mal kurz aus. Also müssen wir auf jeden Fall Abend haben. Problem ist, ich weiß ja nicht, wann Abend ist. Gibt es irgendwo eine Bettwache, wo ich mal kurz mich hinlegen könnte? Ich fühle mich irgendwie so müde. Jens, da gibt es irgendwo ein Bett? Ich glaube, das sind die Betten, oder? Ja. Ähm. Hm. Bis zum nächsten Abend. Versuchen wir mal Abend erst mal. Pass auf, das müsste jetzt auch sein Bett sein. Er kommt hier direkt rein. Legt sich hin. Wir gehen raus. Das wird es jetzt sein. Tup, 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 tup. Da ist er gerade nicht da. Meist. Wir könnten schnell mal rein. Oder? Ich will den Stänkern, warte erstmal. Okay, der ist doch noch da. Der ist jetzt nur unten. So, jetzt haben wir mal gespeichert und wir gehen wieder hin. Und diesmal sagen wir, mach den Weg frei. Vielleicht können wir hier unten... Ja, ja, ja. Verspruch gehen wir schon. Frei. Das macht gar keinen Sinn. Wer über eine Zugangsberechtigung verfügt oder mindestens den Rang eines Akolyten hat, darf das Archiv betreten. Aber vertiefen wir das hier nicht weiter. Zurück zum Thema. Warum glaubst du, dass ich dich ins Archiv lasse? Das ist meine Angelegenheit. Und es ist meine Angelegenheit, Personen wie dich abzuweisen. Was hat ich gesagt? Ich bin am Schlafen. Hallo, Kaya. Huch, jetzt kommt er sogar hoch. Fag ist, wo schläft er? Schläft er hier oben? Nee, hier ist kein Bett. Jetzt steht er wieder da. Komm schon. Gibt es hier keinen zweiten Weg? Hm. Hm. Einfach umhauen, wäre wahrscheinlich nicht so umwegen die Idee, als die Idee, ja. Hat keiner gesehen. Was machst du denn? Nichts. Ich setze mich hier hin, so. Ja, ich schaue dir jetzt zu. Nein, machen wir nicht. Ähm. Hm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was war das? Was macht er jetzt? Warte, schleichen? Wo war er nochmal schleichen? Gar nichts mache ich, Mensch. Was denkst du denn von mir? Ah, jetzt kommt er wieder hoch. Äh. Huch. Da habe ich das Rennen ausgeschaltet, so. Wo war er nochmal schleichen? Sag mal. Nee, das wollte ich nicht. War das nicht hier? Äh. Äh. Moment. Wo war schleichen? Äh. Das ist der Turm aus. Tastenbelegung. Rückwärts neinander gehen. Sprinten. Schleichen. Feststelltaste. Ach doch, Feststelltaste. Du kannst aufhören zu reichen. Ich habe dich gesehen. Jeje, ich habe ja nur kurz mal probiert. Alles gut. Okay. Dann tun wir mal Mitternacht, äh, uns mal. Bis Mitternacht schlafen. Vielleicht ist er ja dann nicht mehr da. Ich will ja eigentlich nicht die ganze Folge hiermit verbringen, zu gucken, wann der Typ schläft und wann ich da rein kann. Ich würde eigentlich noch ein paar andere Sachen machen hier. Hey, der steht immer noch da. Äh. Geht der jetzt? Oh. Ne. Oh. Das ist ja immer eine falsche Hoffnung macht. Warte mal. Aber jetzt könnte ich doch theoretisch. Kann man das? Warte mal. Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Was machst du da? Nichts. Was? Wo? Hat das jetzt echt geklappt, was ich hier gemacht habe? Ich bin schon ein bisschen schockiert, dass es jetzt geklappt hat. Ich gucke, ob ich nicht noch andere Bücher hier abgreifen kann. Oh, wieder Insta-Fotos. Hallo, Insta-Fotos. Hallo, Insta-Fotos. Foto 19. Ach du meine Güte, es gibt viele Fotos in der Welt. Was ist hier los? Nichts. Schlaf weiter. So, um jetzt hier rauszukommen, damit ich mich erwischen lasse. Ich wollte jetzt nicht meinen eigenen Arm von innen begutachten. Danke. Ist ganz einfach. Ich teleportiere mich. Yay. Kathedrale. Ja. Direkt vor der Haustür teleportiert. Also, Leute, wer einen Trick möchte, ohne warten zu müssen, wartet, bis er vorne steht. Und dann schleicht euch einfach per Chatpack über ihn drüber. Wer hätte gedacht, dass das klappt. Also, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es auch ein bisschen wenig war, dann in der nächsten Game was ab. Und dann geben wir Roboterjagd begehen. Ja. Also, Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.